Schönen Stimmleinner. Was anderes machen, ja. Würdest du Hexler fahren? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Weil ich mag das überhaupt nicht. Es könnte doch wer noch einen Drasher frei machen. Andreschen ist sogar noch frei. Dreschen ist auch nicht unbedingt notwendig. Sind auf der 2 noch die Zuckerrüben? Ich meine, ja. Ich schau mal kurz nach. Ja. Von wo haben wir den Zeril? Beim Tschechner oder? Motos da glaube ich. Tschech-Motos gibt auch Motos da meine ich. Ja. Also Leo, auf der Füllung 50 und auf der 2 sind Zuckerrüben. Viel Spaß. Alex, gib einfach mal Ausrufezeichenliste in den Chat ein. Da kriegst du die ganzen Mods. Radler fahren ohne Lenkrad. Ja, hollad die Waldfee ist das geil. Das ist Portno, ne? Das ist richtig gut, ja. Braucht der gar nicht. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Oh, die Jenny. Heiner. Hehehe, ja. Ich glaube, sie guckt aber den Süden eher unfreiwillig. Hehehe. Das kann durchaus sein, ja. Freit mal Hilfe in den Chat, wenn du ununfreiwillig guckst. Na so. Wenn nicht, darfst du über den Stink schreien. Und das darf jeder schreiben. Das darf jeder schreiben übrigens. Leo, du sollst abfahren. Ich mag das nicht. Nicht. Nur abfahren. Nicht. Ja. Okay. Okay. Einmal Liste pro. Reicht doch. Ja. Dann müsst ihr das auf jeden Fall spammen. Ja. Gebe es mir ein Fahrzeug. Ich bin hier. Bye-bye. Es reiche mir ein Fahrzeug. Welches Fahrzeug? Ist mir egal. Jemand, der abfahren Hexer tut, soll bitte aussteigen. Und in den Exerion springen. Okay. Ich steige aus. Da, 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 da. Da ist was. Und mit dem McMopsy zusammen? Oh, der McMopsy kann das recht gut, hab ich gehört. Guck mal. Was kann ich? Der McMopsy, der kann das recht gut, hab ich gehört. Geht sogar? Nee, der kann das doch nicht so gut. Entschuldigung. Warte, 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 bleib mal geschmeidig. Alter. Ich muss das hier erst alles einstellen. Alter Mann und Dezlo. Was willst du nur einstellen? Wo ist der Motor abgesoffen? Warum die GPS einstellen? Fährst du rauf und runter oder was machst du? Ja, ich fahr rauf und runter. So, dann automatisch. Warte, ich hänge, ich hänge. Okay, dann ist der gut. Ja, bin frei, warte kurz. Und jetzt geht's. Abfahren, richtig geil. Sehr gut. Der Letzt Zock, glaub ich, heißt der Völler-Gut jetzt, glaub ich. Ja, tut er. Heidna Ketschig, willkommen! Boah, dann gedeckt sich das dann zu cool. Habt ihr den Server zwischendurch neu gestartet oder rennt ihr noch immer? Das dauere, genau. Ja. Ja, aber man muss ein Stück neu starten. Er ist sicher dann. Ähm, ich glaub, der wird seit... 30 Jahren... Äh, siehst du gerade die Bahn? Ja. Nicht neu gestartet. Äh, ich bin ganz kurz bei Patrick rum, bin der hier da. Mhm. Wie bitte? Ah! Er ist kurz bei Patrick. Was tust du, Mopsi? Ja, ich... Bin gerade im Baum irgendwie. Äh, brauchen wir Strobo? Äh, ich glaub ja. Ähm, Tastatur ist abfack, ey. Ja, ne? Absolut. Ähm, da fragt jemand, ob er mitspielen kann. Mach mal Crashkurs. Ja, kannst du, gib Ausrufezeichen Liste in den Chat ein. Ähm, lad dir die Mods von dort runter, dann kannst du mitspielen. Nein, haben wir nicht. Ähm, ähm. So, das war jetzt einmal Schnellkurs. Ähm, du brauchst auf jeden Fall noch TS und Mikro. Also Mods alleine ist nicht ausreichend. Zumindest wenn du hier im Livestream mitspielen möchtest, Entschuldigung. Ansonsten, äh, ja, komm, gib Gas. Das geht schon. Ja, ansonsten ist egal. So, so, normal mitspielen geht auch ohne Mikro. Aber wenn du im Livestream mitspielen möchtest, da brauchst du auf jeden Fall das Mikro. Und auf Steam nehmen wir im Prinzip keine Freundschaftsanfragen von Leuten an, die wir nicht persönlich vom TS kennen. Ja. Döp, 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 döp. Wann kommt Mikmap? Eben. Leo? Ja, bitte. Schreibt hier mal was zu fragen. Ja bitte frag. Wann kommt Mikmap? Na! 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 bei Mali 80 Prozent die Götter 30 mein Trasher ist voll der Hälfte nicht der liegt da im Kohl da hinten hinter dem Monitor das der Fall Ja, ansonsten halt nach dem Urlaub ist es auch nicht schlimm. Auf die ein, zwei Wochen kommst du wahrscheinlich auch nicht an. Das hat ist... Hallo, das hat ist da. Allerdings hat er die Karten ausgemacht. Ich glaube, das sollte heißen, Leo, wo ist dein Hut? Achso. Ja, Leo, wo ist denn dein Hut? Ich habe doch gesagt, der ist da hinten irgendwo. Oh, Mann, oh, Mann. Alex, nein, kein Ohm, Mensch. Eigentlich halb neun. Nee, nee, halb neun nicht. Das wäre ja Quatsch. Also wir machen auf jeden Fall bis zehn. Halb neun wäre eine halbe Stunde. Nee, halb neun wäre schon längst durch. Ja, eben. Macht überhaupt keinen Sinn. Wieder gar nicht, du. Ja. Dann hatten sie noch einen. Tschüss, gut. Servus, Rolli. Hi, na, Sebi? Warum war da gerade ein Helfer an? Weiß ich nicht. Der ist immer noch an. Ja, der macht noch eben die Bahn zu Ende nach, ist er aus. Simon? Ja? Hast du den Helfer reingemacht? Nein. Weil wer anders kann das denn nicht? Nur Atmens. Oder nicht? Ich habe keinen Helfer irgendwo reingemacht. So. Jetzt können das auch keine Gästegruppen... Wenn du den Server neu startest, geht das halt immer wieder aus. Da musst du achten. Aber ich bin in der Zwischenzeit mal Musik anmache. Hey, 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 na, Musik anmache. Oh. Pff. Bei Zoom Helfer vertieft. Hallo? Keiner? Let's Zock. Das machen sie nur bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel morgen. Wahrscheinlich. Oder auch beim 10.000 Abonnenten-Stream. Haben wir es gemacht? Haben sie es gemacht? Ja. Bei 25.000 das nächste Mal? Hab ich gehört. Hat er falsch gehört? Ich dachte bei 20. Hat er auch falsch gehört. Okay, bei einer Million. Bei 100.000. Ich dachte, eine Million kriegt man nicht mit einem LS-Kanal. Oder nur LS-Kanal. Jo, kommst du ran? Jo, jo. Komm ran, eine Wunderbrust. Wenn du lange dran arbeitest, geht das? Ja, ja, dann musst du aber zu lange dran arbeiten. Drei-Generations-Yuk-Yuk-Channel. Hehehe, das wäre doch mal lustig. Wo ist das beim Abfahren? Ja, bitte, bitte. Gestreamt wird immer montags, mittwochs und freitags. Ab 18.30 Uhr in der Regel. Hehehe, er hat Regen, die Sache. Ähm. Oh, ne Witz. Jurens. Entschuldigung. Trink noch mehr, ey. Ja, ich sollte echt noch mehr trinken, dann wird es noch schlimmer. Im zweiten Simon besser, ey. Ja, das wird nicht der letzte Stream sein, Alex. Kein Problem. Viel Spaß in der Türkei. Wer fährt in der Türkei? Ich habe nicht den Gamescom-Trailer gesehen, tatsächlich. Aber ich habe nur die E-Mail bekommen. Oh, ich muss den gucken. Er bringt mich nicht viel Neues. Nein? Nee. Mann. Ja, ich habe gesagt, bringt der gar nichts mehr. Der zeigt einfach nur die Screenshots, normalen Bewegbildern. Okay. Das ist alles, was wir dazu sagen müssen. Geht ihr zur Gamescom? Boxen rein. Boxer geht hin, aber nur Mittwoch. Also, ja, und nicht. Nee, nee, wir nicht. Nee, ich habe keine Zeit und keine Tickets. Wenn das dieses Jahr meine Ferienzeit fällt, dann würde ich mal gucken da, ob ich Tickets kriege. Ähm. Hm. Äh. Was? In der BGH geht es gerade rund. Ja. Willst du umdrehen, Mopsi? Ja, ich wollte vorne umgrün. Ich bin nach Rocket League verlangt. Äh. Äh. Von Basti. Yo, machen wir. Ja, aber jetzt. Wenn du jetzt diese Bahn hier nimmst, hast du eine Bahn zu weit oben oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade total, äh, plemplem? Schön. Das heißt, du musst die... Äh. Ach ja, ich habe ja keine Vorbezugentscheidung. Entschuldigung. Der Motofreak 44 folgt und zack. Schön, zieh, zieh durch. Das, das, was ich vor, bis, äh, das, das ist ja nur meine Meinung. Das, was ich dazu bisher gesehen habe, also Pure Farming Simulator 17, sieht nicht schlecht aus, auch wenn ich mir das wahrscheinlich nicht kaufen werde. Aber das hat andere Gründe aus. Weil ich hasse diese Drecksprämmen hier. Das Pure Farming, ist das das, das nächste? Das ist das, das ist das neue. Das, das ist der neue Konkurrenz, nee, in keinem Körpersprämmen. Ja. Ja. Wir haben fünfte Felder, wo der eine Trailer rauskam, wo gesagt, wo er mehr auf der Games kommt. Okay. Wie heißt das Spiel? Hero Farming Simulator 17. Und die, was, Jenny, 21, 03, 12, völlig dankeschön. Also, ich glaube, da ist, ich glaube, da ist die Jenny. Wie viele Felder haben wir im Mais? Nur das. Ich glaube, nur das, ne? Ich glaube, nur das, ne? Hä, zwei Felder. Ne, wie viel Prozent? Äh, 82. 82, 83. Das siehst du oben links. Ähm. Wenn die Hilfe aussieht, dann siehst du das. Wenn die Hilfe aussieht, dann siehst du das. Dann drückst du F1. Genau. Ah. Ole. Oder unten bei der... What is Dean's? Yo. Das war mein Handy. Ole. 96. Ja. Komm näher ran. 98, komm ran hier. Ole. Ja. Tank mal eben kurz diesen Drasher ab. Bring den Weizen dann weg und dann komm mal zu mir auf Welt 58. Da hab ich nen Gerstenstück. Obwohl ich von der Gerste für heute genug hab. Ich schick's nicht. Hab ich noch irgendwas dran? Ich hab noch den Joystick dran. Warum? Ich musste vorhin, ähm, noch nen Anhänger, den man nicht kippen konnte, mit Gerste abladen. Und ich hatte nur normale Schuhe und keine Gummisteckel. Äh. Das ist total toll. Den man nicht kippen kann. Ja.